Die Blase für Fortgeschrittene, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die ist mir heute ein besonderes Anliegen. Und ich habe lange überlegt, ob ich sie produzieren soll. Aber ja, ich mache es jetzt einfach, weil es einfach ein spannendes Thema ist. Es geht um das Thema Angst vor der nächsten Blasenentzündung. Ich habe früher auch viel durchgemacht und ich erzähle euch jetzt die ein oder andere Geschichte, wie es mir dabei ergangen ist, immer wieder im Kopf zu haben, Scheiße, ich bekomme sicher wieder eine Blasenentzündung. Immer diese Angst, auch diese Unsicherheit beim Sex. Ja, hoffentlich bekomme ich keine und am nächsten Tag war sie dann da. Oder Scheiße, ich habe morgen Prüfung, ich muss aber fit sein. Und genau dann kommt sie, die Blasenentzündung. Also in den unpassendsten Momenten, in der Arbeit, im Auto, am Weg in den Urlaub, beim Ausflug. Ja, erste Geschichte Italien vor ein paar Jahren. Ausflug ins schöne Trentino mit einer Freundin aus der Schweiz. Und wir haben den perfekten Platz zum Baden gefunden. Müsst ihr euch vorstellen, wunderschöner Steg, Traumwetter, super zum Schwimmen. Und wir haben uns gerade hingelegt auf den Steg, ein bisschen gesund. Und auf einmal beginnt die Blase zu brennen. Habe natürlich nichts mitgehabt an Schmerzmitteln. Man lernt im Laufe der Zeit dann dazu. Aber damals hatte ich sie eben noch nicht dabei. Und habe halt versucht, das irgendwie mit Wasser trinken auszuhalten. Und der Blase was Gutes zu tun. Aber im Endeffekt hat sie nicht aufgehört zu brennen. Es ist dann immer stärker geworden. Es sind dann Krämpfe dazugekommen, warum auch immer. Und schweren Herzens habe ich dann zurück zum Hotel müssen mit der Freundin. Und ja, da habe ich mir den normalen heißen Tempo vorgemacht und Blasentee. Und nach einer Stunde war alles wieder gut untenrum. War alles wieder weg. Ich meine, da hätte ich mir ja auch, weiß nicht, denken können, ein, zwei Stunden hätte die Blase ja wohl noch ausgehalten. Aber wenn man so arge Schmerzen hat da unten, dann kann man sich auch nicht mehr konzentrieren. Dann kann man nicht mehr genießen. Und ja, Gott sei Dank hat die Freundin auch mit der Blase zu tun gehabt. Das heißt, sie wusste in dem Moment, wie ich mich fühle. Und dementsprechend hat sie das gut verstanden. Oder noch ein schlimmeres Beispiel. Fahrradtour mit meinem Freund auf der wunderschönen Donauinsel. Großes Shoutout an Wien. Wer noch nie in Wien war, muss unbedingt auf die Donauinsel. Insel muss Insel bleiben. Habt ihr so eine dünne Legge angehabt zum Fahrradfahren? Fahrradfahren, extremer Gegenwind. Und dann legen wir uns zum Wasser hin und sonnen uns auch, entspannen uns auch. Und auf einmal beginnt der Scheiß da unten zu brennen. Sorry, dass ich so fluche, aber in dem Moment denkst du an nichts anderes. Wieder kein Schmerzmittel dabei, natürlich, ganz klar. Und das Zache war, ich war gefühlt 20 Kilometer von zu Hause entfernt mit dem Rad. Das heißt, ich musste irgendwie nach Hause kommen. Und dafür jetzt extra ein Taxi zahlen, nur weil ich Schmerzen habe, unter Anführungszeichen. Ja, war mir dann ein bisschen zu teuer. Deshalb habe ich mir gedacht, so, ich setze mich jetzt aufs Rad, ich ziehe das durch. Und ja, radl dann so gut es geht nach Hause. Ihr müsst euch vorstellen, furchtbare Schmerzen am Rad gehabt. Und dann sitz einmal am Sattel und tritt, wenn es brennt. Das ist unmöglich. Kein Spaß, das ist so ähnlich wie Supercycling. Also ja, ist vielleicht eh auch gut für die Condi. Also wenn man so sieht, ja, war das dann für meine Kondition sicher nicht schlecht. Naja, jedenfalls dann zu Hause angekommen, ist es dann erst so richtig losgegangen. Eh klar, über Anstrengung am Rad, der Fahrtwind. Und das war dann alles andere als schön. Also ich bin halber durchgedreht. Ich bin am Klo gesessen, die ganze Zeit habe geweint. War kurz davor, ins Spital zu fahren. Meine Mutter hat mich dann letztendlich beruhigt. Und ja, Novalgin hat es dann richten können. Um das kurz klarzustellen, ich bin kein Freund von Schmerzmitteln. Und ich möchte ja auch keine Werbung machen. Für mich war es halt jahrelang die einzige Lösung, die einzige Möglichkeit, hier auch schnell meine Schmerzen loszuwerden. Und einfach dieses furchtbare Brennen zu unterdrücken. Also nochmal zu sagen, Schmerzmittel lässt ja keine Blasentzündung verschwinden. So wie andere Schmerzen auch. Es unterdrückt ja nur den Schmerz. Trotzdem sehe ich es persönlich sinnvoller, wenn man akut an Schmerzmitteln nimmt, als jetzt sich da gleich ein Antibiotikum reinzuballern und zu glauben, das hilft dann. Also ich habe früher sehr oft darauf gesetzt, Schmerzmittel zu nehmen und eben nebenbei ganz viel Blasentee zu trinken, dass die Bakterien noch ausgespült werden. Und Wärmeflasche drauf und dann war es in den meisten Fällen eh wieder gut. Also wirklich besser hier akut dagegen dann ankämpfen gegen diese Blasenentzündung mit Naturmedizin am besten, wenn es nicht anders geht, wenn die Schmerzen nicht auszuhalten sind mit Schmerzmitteln. Aber alles besser als mit Ärgstenbrennen zum Arzt oder ins Krankenhaus, nur damit ich dann ein Antibiotikum bekomme und dann wieder nach Haus geschickt werde. Und das dann meine gesamte Darm- und Scheidenflora beeinträchtigt, um das jetzt mild auszudrücken. Also da muss man halt abwägen, was für sich richtig ist. Und das war halt damals oft meine Entscheidung zu sagen, ja, dann nehme ich lieber ein Schmerzmittel, als da jetzt zum Arzt zu gehen, der eh nicht viel machen kann. Außer mir dann wieder ein Antibiotikum zu verschreiben. Also ja, ich kenne diese furchtbaren Situationen und ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn du einfach nicht weiter weißt, wenn nichts hilft. Es brennt höllisch. Du drückst zusammen und es kommt nur so ein Mini-Tropfen raus, der brennt wie Hölle. Und ja, die wenigsten Leute verstehen das. Erst wenn man selbst einmal so arge Schmerzen gehabt hat, dann weiß man, wie das ist. Und ich habe damals zum Beispiel auch meinen Chef gebeten, früher nach Hause zu gehen, als ich so arge Blasenschmerzen hatte. Und er hat das halt dann so halbherzig akzeptiert, was ist schon eine Blasenentzündung, okay, da brennt es halt ein bisschen so in die Richtung. Und da habe ich mir dann schon gedacht, ja, wenn du das einmal erlebst und gerade als Mann eine Blasenentzündung, das ist dann erst recht nicht lustig. Also ja, naja, ich möchte euch jetzt auch ein paar Tipps mitgeben, damit euch solche Situationen zukünftig erspart bleiben. Weil, ja, wenn man da einfach ein bisschen vorsorgt für sich auch, dann denke ich, dass man da auch einfach den Kopf austricksen kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt immer auf der sicheren Seite und ich bin wohl auch die einzige Frau bis jetzt, also ich kenne keine andere, die ihren Blasenteebeutel in der Handtasche mit rumträgt, ja, aber das ist wichtig, weil alleine meinem Kopf dieses Sicherheitsgefühl zu geben, sollte was brennen, ja, dann habe ich meinen Blasentee parat. Das ist genauso wie, da sind wir wieder bei den Schmerzmitteln. Leute, die Kopfschmerzen haben, die haben dann ihre Kopfschmerztabletten immer mit, weil sie ja wissen, ah, ja, wenn ich wieder Kopfschmerzen habe, dann nehme ich die einfach. Und hier jetzt wieder keine Werbung zu machen für Schmerzmittel, aber einfach nur als Beispiel hier zu geben. Und bei mir ist es eben der Blasentee in den Säcken und der hilft mir halt sehr gut, einfach nur, dass ich auch dieses Sicherheitsgefühl habe. Und das ist einfach praktisch, wenn man dann diesen Blasentee parat hat, weil irgendwo findet sich immer ein Wasserkocher und dann brühe ich mir den auf und dann geht es der Blase gut. Und das hat mir auch schon oft das Leben gerettet, muss ich sagen. Ich habe übrigens auch freshe Blasenteebeutel für euch gemacht, also schaut auch gerne mal im Online-Blasenshop auf blasenentzündungslos.eu slash shop vorbei. Da findet ihr auch verschiedene Heilkräuter, die eben eure Blase beruhigen. Extra zusammengestellt von mir mit den Heilkräutern, die mir auch persönlich helfen. Und ja, dann bin ich auch nicht mehr der Einzige mit Teebeutel in der Handtasche, wer weiß. Also wirklich ein Game-Changer für mich, dieser Blasentee. Also Tipp Nummer 1, Blasentee in der Tasche oder im Rucksack für ein sicheres Gefühl. Und das Tolle daran ist, ein Teebeutelchen, das wiegt ja nichts. Also da ist die Deo-Flasche, die Deo-Dose meistens schwerer. Tipp Nummer 2, Blasentee vorbeugend trinken. Und jedes Mal nach dem Sex oder während dem Sex, wenn man daran denkt, hoffentlich bekomme ich keine Blasenentzündung, hoffentlich hört das Brennen auf, hoffentlich. Immer diese Signale ans Universum, diese Unterbewusste, die sind dann meistens kontraproduktiv und dann kommt die Blasenentzündung erst recht. Wenn du aber sagst, okay, so, ich genieße jetzt den Sex, ich kann mich voll und ganz darauf konzentrieren und danach trinke ich einfach eine Tasse Blasentee. Den gibt es übrigens auch im Online-Shop im großen Standbodenbeutel. Also für alle, die sich ihren Blasentee selbst aufbrühen wollen, gibt es eben auch im 60 Gramm Standbodenbeutel bei mir im Online-Shop. Schaut es gerne rein. Ja, und dann bin ich auf der sicheren Seite, weil dann schwemme ich die Bakterien immer automatisch nach dem Sex aus der Harnblase raus, weil eh klar, nach dem Sex sollten wir immer aufs Klo gehen, ganz wichtig. Und dann trinke ich halt einfach eine Tasse Blasentee danach und gehe halt dann noch eine Runde mehr aufs Klo. Aber bin auf der sicheren Seite, ich bekomme keine Blasenentzündung. Und für alle, die es noch nicht ausprobiert haben, D-Manose ist ja auch ein Game-Changer für viele und da würde ich euch empfehlen, einfach den reinen Einfachzucker, also dieses Naturpulver zu kaufen und dann einfach zwei Gramm D-Manose in einen halben Liter Wasserglas vermischen und das auch dann nach dem Sex oder auch vor dem Sex runtertrinken. Super gut, vorbeugend gegen Blasenentzündung. Und war auch damals eines meiner Game-Changers, wie ich da herumprobiert habe, was kann ich tun, Alternative für Antibiotika, ja, probieren wir es halt einmal mit D-Manose. Und es hat geklappt. Also es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Methoden, wie man hier Blasenentzündung vorbeugen kann und dann auch bekämpfen kann. Man muss es einfach nur ausprobieren. Also wenn ich hier dann schon auf der sicheren Seite bin und weiß, wie ich eben meine Blase da gut darauf vorbereite, dass sie jetzt keine Blasenentzündung bekommt, dann bin ich erstens auf der sicheren Seite und zweitens bin ich auch beruhigter und ich kann dann eben auch den Sex mehr genießen, ich kann den Sport mehr genießen, ich kann mich mehr auf die Prüfung fokussieren. Und so einfach ist es da einfach dann auch den Kopf auszutricksen in gewisser Weise. Rauszukommen aus diesem Grübeln und diesen Zweifeln und dieser Angst, die in einem sitzt. Ich weiß, es ist wirklich schwer, diese Angst dann auch zu bekämpfen, aber es gibt ja Mittelchen, wie wir es uns leichter machen und wenn wir die finden, dann hat das Ganze schon Hand und Fuß. Also das Wichtige ist wirklich, du musst deiner Blase vermitteln, dass sie bei dir sicher ist, auch wenn das jetzt irgendwie komisch klingt, aber du schaust auf sie, du weißt, was sie braucht, du gibst ihr alles, was sie will, damit sie sich wohlfühlt. Und dieser Wohlfühlfaktor ist so wichtig und natürlich meine ich damit jetzt nicht auf viele Dinge zu verzichten, nur damit sich die Blase wohlfühlt. Ich selbst trinke auch sehr gerne Alkohol, ich trinke auch sehr gerne Kaffee und wenn man das alles mit Maß und Ziel macht, dann passt das schon. Man muss halt einfach auch auf die Signale hören, die die Blase sendet. Und wenn man die ignoriert, dann wundert es sich nicht, dass man dann in diesem Teufelskreis drinnen bleibt. Man hat eine Blasenentzündung, die nächste Blasenentzündung und da hilft dann auch kein Antibiotikum. Weil Antibiotika sind wichtig natürlich für viele Infektionen, wir sind froh, dass wir sie haben, aber bei harmlosen Blasenentzündungen sind sie nicht dringend notwendig. Dazu habe ich hier auch andere Podcast-Folgen aufgenommen und schon viele Reels dazu gemacht, also schau dir die gerne an und stell mir gerne auch Fragen oder gib mir Feedback, wenn du was loswerden willst. Ja, dann kommen wir zum Tipp Nummer 3. Nimm deine Blasen-Must-Haves in den Urlaub mit. Also Blasen-Must-Haves bei mir sind Blasentee, Wasserkocher und Tasse. Die habe ich eigentlich immer bei mir im Koffer dabei. Das klingt erst einmal so ein bisschen komisch, so was, die nimmt den eigenen Wasserkocher mit. Das ist ja voll bescheuert. Man gibt ja eher einen Wasserkocher im Hotel. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und dann wurde ich des Besseren belehrt und bin dann ohne Wasserkocher da gestanden, irgendwo in der Bamba und habe mir gedacht, scheiße, ich muss jetzt irgendwie einen Wasserkocher auftreiben. Also nicht alle Hotels, auch Luxushotels, haben nicht unbedingt einen Wasserkocher, beziehungsweise aus Brandschutzgründen wollen sie auch oft keinen hergeben. Also hier ist es wirklich besser, wenn man sich so einen kleinen, kompakten Teekocher kauft. Da gibt es ja einige und den einfach dann mitnimmt. Und am besten dann auch gleich eine Tasse, weil ja, es gibt heutzutage auch immer noch Hotels, die nicht einmal irgendwelche Plastikbecher oder so ins Zimmer stellen und dann extra auch wieder eine Tasse kaufen und so. Ich meine, wenn es ein Souvenir ist, warum nicht? Aber muss ja nicht sein. Also Blasentee, Teekocher und Tasse sind fix am Start bei mir und haben auch schon manch Sightseeing-Tag gerettet. Und oft war es halt dann auch schon so, dass ich dann während dem Sightseeing gemerkt habe, oje, die Blase beginnt schon wieder und so. Ja, fahr mal bitte kurz zurück ins Hotel. Ich trinke einen Schluck Blasentee, Tasse Blasentee und dann ist eh wieder gut. Und das ist wirklich so. Also mein Freund ist da jetzt schon einiges gewohnt im Laufe der letzten Jahre. Und es ist auch immer wieder sprachlos, dass das dann wieder so schnell weg ist, dieses Brennen. Ich konnte mir das selbst eine Zeit lang nicht erklären, was das war. Aber umso toller finde ich es und umso geiler finde ich es, dass dieser Blasentee, dass diese Heilkräuter so eine starke Wirkung haben. Und ja, deshalb liebe ich Blasentee über alles und deshalb propagiere ich ihn auch so, weil er mir eben besonders wichtig ist und weil es für mich ein Game Changer ist und ja, gesund ist. Das ist das Wichtigste. Und ich muss keine blöden Schmerzmilden nehmen und überhaupt keine Antibiotika. Also ja, mein Game Changer. Tipp Nummer 4, nach dem Fortgehen. Wir haben eh vorher kurz den Alkohol angesprochen. Wenn du nicht auf Alkohol verzichten willst, was ich verstehe, ja, dann sorg halt einfach vor. Du kannst ja zum Beispiel vor dem Fortgehen einen Blasentee trinken oder nach dem Fortgehen, wenn du dann nach Hause kommst, dann noch eine Tasse Blasentee, wenn du nicht darauf vergisst. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Die Blase hasst Alkohol und ganz darauf verzichten möchte ich halt nicht. Aber es gibt halt nichts Sacheres, als neben einem Kater auch noch Brennen da unten zu haben. Das ist ein echter Gipfel. Wenn du nur noch da liegst und dir denkst, was ist los? Ich möchte einfach nur, weiß ich nicht, sterben. Wenn du einfach so fertig bist mit dem Leben und das muss ja nicht sein. Und gerade nach einer durchzechten Nacht braucht der Körper ja eh viel Flüssigkeit und Energie und deshalb sind dann auch die Heilkräuter so gut. weil viele auch den Darm stärken und ihn dann wieder aufbauen und ihm Energie geben und deshalb ist der Blasentee da auch so gut. Und um das nochmal zusammenzufassen, Vorbeugung ist einfach alles. Also wenn du schon gut vorbeugst, wenn du ausreichend trinkst, wenn du das Richtige trinkst, dann wird sich die Blase freuen. Dann wird die Blase nicht meckern. Im Gegenteil, dann wird sie dich halt öfters aufs Klo schicken, aber das ist wichtig so. So soll es ja auch sein. Und ich weiß, irgendwann hängt da halt der Blasentee auch raus, weil ja immer denselben Tee trinken ist irgendwann fad und langweilig, verstehe ich. Aber dafür schaue ich zum Beispiel immer persönlich, dass ich unterschiedliche Kräutertee-Mischungen trinke. Und die kann man ja auch aufpeppen mit Ingwer oder mit Zitronensaft oder gibt es ein bisschen Honig dazu. Also es gibt ja viele tolle Möglichkeiten. Ja und diesen Podcast, den mache ich ja schon seit mittlerweile vier Jahren, um das auszusprechen, was der Arzt nicht macht. Und um die ein oder andere von euch auch raus aus diesem Antibiotika-Teufelskreislauf zu holen. Und ich freue mich, ich freue mich wirklich so sehr, dass ihr das so wertschätzt in der Blasen-Community. Danke für das viele Feedback, danke für die Google-Bewertungen und danke für eure Geschichten, die ihr mir mitteilt. Gemeinsam stark gegen Blasenentzündungen. Ich freue mich auf jede neue Geschichte, die bei mir eintrudelt, sei es jetzt auf Instagram oder auch per E-Mail, weil wie gesagt, nur gemeinsam können wir was tun gegen Blasenentzündung und können wir raus aus diesem Antibiotika-Teufelskreislauf. Und ja, das ist zu meiner Lebensaufgabe geworden, dass ich euch hier helfe und unterstütze. Ja und zum Schluss noch ein letzter Tipp für die heutige Folge. Bleiben wir kurz beim Thema Antibiotika, weil das ist mir einfach ein sehr wichtiges Thema. Ich weiß, wie deprimierend es ist, wenn eine Blasenentzündung nach der anderen kommt und man einfach schon so verzweifelt ist und nicht weiß, was man machen soll, schon alles ausprobiert hat. Nur ein Antibiotikum, das macht die Situation auf Dauer auch nicht besser. Klar, bei komplizierten BEs, da sind ja Antibiotika unverzichtbar, aber bei einer harmlosen Blasenentzündung, wie ich vorher schon gesagt habe, die ist super mit Naturmedizin behandelbar. Und ich habe früher auch viel Angst gehabt und dann lieber gleich ein Antibiotikum geschluckt, damit die Schmerzen und die Entzündung schnell weggehen. Das habe ich mir halt gedacht, dass das Antibiotikum da gleich die Schmerzen stillt oder so. Man hat ja dann so viel im Kopf und dann hört man auch von verschiedenen Leuten, verschiedenen Meinungen und glaubt an alles, was einem gesagt wird. Ich kenne das alles, ja. Man muss sich halt dann im Laufe der Zeit nur selbst eine Meinung zu dem Ganzen bilden. Und ja, für unsere Darm- und Vaginalflora sind Antibiotika auf Dauer halt einfach schlecht. Am schlimmsten wird es natürlich, wenn sich dann Resistenzen bilden, weil dann hat man teilweise überhaupt keine Chance, diesen Infekt mehr zu bekämpfen. Deshalb dringend schauen, nicht so viele Antibiotika zu nehmen, wenn es geht, überhaupt darauf verzichten, wenn es eben keine schlimme Blasenentzündung ist, also keine komplizierte Blasenentzündung. Wenn du wissen willst, was eine komplizierte Blasenentzündung ist, beziehungsweise was überhaupt der Unterschied ist zwischen kompliziert und unkompliziert, dazu habe ich auch ein Reel gemacht vor kurzem, das kannst du dir gerne anschauen. Auch einen Post gibt es auf Instagram, die Blase für Fortgeschrittene, also schau dir das gerne an. Und stell mir auch gerne Fragen, wenn da noch was offen ist. Und nicht nur Resistenzen sind ein Problem, sondern auch die vielen Nebenwirkungen von Antibiotika. Also da ist ja Übelkeit und Müdigkeit ja noch sehr harmlos. Also zum Beispiel, wenn man hier jetzt eines der stärksten Antibiotika bei Handwegsinfektionen hernimmt, zum Beispiel die Fluokinolone, die gehören zur Gruppe der starken Antibiotika, werden leider immer noch bei harmlosen Blasenentzündungen von Ärztinnen und Ärzten verschrieben. Die haben extrem viele Nebenwirkungen und da waren ja auch amerikanische und europäische Behörden davor, nicht bei unkomplizierten Blasenentzündungen welche zu verschreiben. Zähnenrisse, du kannst Antinidus kriegen, du kannst Hallizinationen bekommen, Schädigungen im Gehirn. Also es gibt wirklich hier auch schon Studien, die das bezeugen, dass dieses Medikament halt auch einfach nicht mehr notwendig ist bei unkomplizierten Blasenentzündungen. Und deshalb mache ich die Aufklärung auch, um euch zu sagen, bitte fasst dieses Antibiotikum nicht mehr an. Ich habe es einmal geschluckt, ich bin Gott sei Dank heil und gut davongekommen, außer dass mir total sauübel war und ich eine leichte Halluzination hatte. Und das hat mir gereicht. Und das möchte ich nicht, dass es euch auch noch passiert. Ja, ich habe viele meiner Arztbesuche wegen meiner Blasenentzündung auch als Zeitverschwendung dann angesehen. Ich habe viel Frust gehabt, viel Angst, viel Trauer, Verzweiflung auch. Eben niemand kann mir helfen, was soll ich tun? Und diese unguten Gefühle, die ihr vielleicht auch habt, die möchte ich euch nehmen. Aus Angst wird dann schneller mal selbst vertrauen. Und auch einmal dem Arzt zu sagen, Stopp, ich hätte gern eine pflanzliche Alternative zum Antibiotikum. Was können Sie mir da empfehlen? Oder können Sie mir da einen Heilpraktiker empfehlen, der sich da auskennt? Oder ich würde gerne mal einen urogenitalen Abstrich machen, um auch zu sehen, was ich denn für Bakterien in meiner Scheide habe, die vielleicht eine Blasenentzündung auslösen können. Geschlechtskrankheiten sind hier auch zum Beispiel zu erwähnen. Chlamydien, Ureaplasmen können auch Blasenentzündungen auslösen. Also das hier alles einmal abzuklären. Und auch zu fragen, ist denn eine Blasenspiegelung wirklich notwendig? Lass dir nicht alles einreden, was dir die Experten sagen. Weil im Endeffekt ist es dein Körper und deshalb ist es einfach wichtig, dass du alles vorher abklärst und dass du dich so gut wie möglich darüber informierst. Und am besten so viele Quellen wie möglich und so viele Experten wie möglich. Das war es auch schon wieder. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören und hoffe, dass ich dir mit dieser Folge ein bisschen Hoffnung gegeben habe und ein bisschen Zuversicht. auch dein Problem kann gelöst werden. Und ich weiß, wenn man sich fühlt eine Zeit lang und sich denkt, oh Gott, ich komme da nicht raus aus diesem Teufelskreis und keiner hilft mir, keiner kennt sich aus, aber du wirst deine Lösung finden. Übrigens, danke für eure Geduld. Ich habe auch ein großes Versprechen an euch und das habe ich nicht vergessen, keine Sorge. Ich arbeite gerade auf Hochtouren an die Blase to go, also an den Blasentee in der praktischen Flasche, der kommt bald. Die beste Qualität, die braucht halt ein bisschen Zeit und da stecke ich halt gerade all meine Energie rein in die Produktentwicklung, wie wird dieser Tee jetzt richtig abgefüllt und er soll ja auch geil schmecken. Es soll ja nicht einfach nur ein langweiliger Tee sein, sondern es soll wirklich ein fresher Tee sein in einer freshen Flasche und das braucht halt alles ein bisschen Zeit. Bis dahin, schau auf dich, schau auf deine Blase. Bussi amore. Die Blase für Fortgeschrittene Der Podcast